Projekt Chariot stieß im Weißen Haus auf offene Ohren. Dass die zivile Anwendung von Atomwaffen die Fortführung von Atomtests erlauben würde, war allen klar. Man einigte sich auf Cape Thompson, einen unbewohnten Landstrich, 45 Kilometer südöstlich des Inuit-Dorfes Point Hope, im äußersten Nordwesten Alaskas. Die Menschen dort erfuhren als letzte von dem Vorhaben. Und ihnen wurde laut einem kritischen Bericht an die AEC gesagt, dass die Folgen von Atomwaffentests niemals und nirgendwo Menschen verletzt hätten, dass die Japaner, die einst sehr hoher Radioaktivität ausgesetzt waren, sich von der Strahlenkrankheit gut erholt hätten, dass es keine Nebenwirkungen gebe. Doch die Inuit ließen sich nicht für dumm verkaufen. Sie organisierten sich und begannen das Projekt mit allen politischen Mitteln zu bekämpfen. Unterdessen wollten die Sowjets Atomtests in der Stratosphäre und unter der Erde auf dem Gipfeltreffen in Paris am 16. Mai 1960 ganz verbieten lassen. Die Atomenergiekommission setzte das Weiße Haus unter Druck, denn die Vorbereitungen für eine Zündung schienen für die Entwicklung von Tellers nuklearem Grabenbagger unverzichtbar. Weil US-Präsident Eisenhower mit der Sowjetunion mittlerweile ein vorläufiges Testmoratorium vereinbart hatte, konnte eine Kernexplosion nicht mehr auf US-Territorium stattfinden. Für einen Test im Ausland aber brauchte die AEC grünes Licht von ganz oben. Am 11. Mai 1960 schrieb Edward Teller an Präsident Eisenhower, dass das Projekt technisch ausgereift sei und dass es nun zum experimentellen Einsatz kommen sollte. Die Kombination einer reduzierten Kernspaltung, die bereits möglich wäre, mit Explosionen tief im Erdreich, vermindert die in die Atmosphäre abgegebene Radioaktivität im Verhältnis 1 zu 1000. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Plauschere am Ende eine der wichtigsten Anwendungen der Atomenergie sein wird. Hochachtungsvoll, Edward Teller. Eisenhowers Antwort findet sich nicht in den Akten, wohl aber Entnahmeblätter, die besagen, dass an dieser Stelle Dokumente entnommen wurden und unter Verschluss aufbewahrt werden. Auf einem Gesprächsvermerk steht, Am Ende der Diskussion befahl der Präsident, alle Papiere zu dem Thema zu vernichten. In der Argentinischen Nationalbibliothek wird allerdings der Nachlass von Arturo Frondisi aufbewahrt, der von 1958 bis 1962 Präsident Argentiniens war. Sein Nachlass enthält Tagesberichte des Militärischen Geheimdienstes, darunter diesen. Am kommenden Sonntagnachmittag, am 15. Mai 1960, wird eine Kommission von US-Wissenschaftlern ankommen, geleitet von Dr. Herbert York, Forschungs- und Entwicklungsdirektor des US-Verteidigungsministeriums. Das heißt, am selben Tag, als Eisenhower zum Gipfeltreffen über Abrüstung und Teststopp in Paris eintraf, landete sein Chefentwickler für Atomwaffen in Buenos Aires. Einen Tag später meldete der argentinische Geheimdienst, dass Mr. York eine Menge Ausrüstung vorausgeschickt hatte. Eine Gruppe von US-Luftwaffenoffizieren ist gestern mit einem gigantischen viermotorigen Flugzeug KB-50 eingetroffen. Die Boeing KB-50 ist ein Tankflugzeug, das Langstreckenbomber und Jagdflugzeuge in der Luft betanken kann. Zusätzlich landeten drei U-2-Spionageflugzeuge und vier Langstreckentransporter der US Air Force in Buenos Aires. Auch die argentinische Presse berichtete über Herbert York, sein eindrucksvolles Geschwader und die geplanten Testversuche. Die sowjetische Botschaft in Buenos Aires wird das gelesen haben. Kein Wunder also, dass Khrushchev Eisenhower Provokationen vorwarf. Der sowjetische Regierungschef beschimpfte die USA auf einer Pressekonferenz als Aggressor. Das berichtete ein empörter US-Reporter. Das Verhandlungsklima in Paris habe sich verschlechtert und Pessimisten befürchteten ein Scheitern des Treffens. Seit Stalin seien die Beziehungen nicht mehr so schlecht gewesen. Der Pariser Gipfel endete ohne Ergebnis. Genau das hatten die AEC und das Pentagon erreichen wollen. Auch in Argentinien setzte man auf Atomtechnologie und versprach sich Hilfe von den amerikanischen Freunden. Präsident Frondisi empfing Herbert York feierlich und wünschte ihm viel Glück. Alle Länder, die die Atomenergie beherrschten, unternahmen den Versuch, sie für das zivile Bauwesen einzusetzen. Zumindest studierten sie diese Möglichkeit. Die internationale Atomenergiebehörde unterhielt bis in die 80er Jahre eine Abteilung für die Anwendung von Atomexplosionen im Ingenieurswesen. Roberto Ornstein ist ein hoher Beamter der Argentinischen Atomkommission CNEA. 1960 war er ein junger Offizier der Argentinischen Marine, die für Atomfragen zuständig war. Auch in Argentinien setzte man auf die zivile Anwendung von Atomsprengstoff, sagt er. Man dachte an sehr kleine und kontrollierte Explosionen, natürlich unterirdisch. Aber diese Ideen haben wir nie in die Praxis umgesetzt. Das argentinische Verteidigungsministerium hält bis heute seine Unterlagen über das, was Herbert York in Argentinien testen ließ, geheim. Lies er dort Tellers Ditchsticker heimlich ausprobieren? Wenn es um den Bau eines Kanals oder eines Hafenbeckens ging, dann musste der Ort an der Küste des Südatlantiks liegen. Puerto Deseado ist ein Hafenstädtchen in der riesigen, fast menschenleeren Provinz Santa Cruz, 2500 Kilometer südlich von Buenos Aires. Es liegt an der Mündung des Rio Deseado, des ersehnten Flusses in den Südatlantik. Der Deseado strömte einst von den Anden 600 Kilometer durch die Provinz und mündete in der Bahia Uruguay, erzählt Violeta Martinez, die Archivarin des Städtchens. Der Fluss hat seinen Ursprung am Lago Buenos Aires, einem Gletschersee. Als sich während der letzten Eiszeit die Anden-Cordillere hob, wurde der letzte Teil des Flusslaufs von Vulkangestein zugeschüttet. Heute mündet er irgendwo unterirdisch in die Bucht. Wo genau, wissen wir nicht. In Puerto Deseado lebten 1960 nur 4000 Menschen, die meisten von der Schafzucht. Ab und zu legte ein Kutter im Hafen an. Für größere wirtschaftliche Aktivitäten fehlte Trinkwasser. Schon lange hatte die Bevölkerung gefordert, einen Kanal zum Lago Buenos Aires, oder zumindest zu der Stelle, wo der Rio Deseado von der Erdoberfläche verschwindet und unterirdisch weiterfließt, zu bauen. Pedro Urban lebt in Puerto Deseado und ist ein wandelndes Lexikon. Immer hätten sich um die Bahia Uruguay Legenden gerankt, sagt er. Genaues habe die Bevölkerung nie erfahren. Es sei militärisches Sperrgebiet gewesen. Im Januar 1960 war eine US-Firma dort aufgetaucht, der die argentinische Regierung Land zugewiesen hatte. Die Firma flog dutzende Ingenieure aus den USA ein und heuerte Arbeiter für Sprengungen im Bereich der ehemaligen Flussmündung an. Am 12. Mai titelte die lokale Presse, Die erste Phase der Bauarbeiten wurde erfolgreich abgeschlossen. Sowohl die geologischen als auch die hydrologischen Erkundungen, wurde der leitende Ingenieur zitiert. Laut Bordbuch legte am 18. Mai 1960 ein Frachtschiff der argentinischen Kriegsmarine in Puerto Deseado an. Ab hier verrät das Bordbuch nur noch, dass Marinetaucher und Schnellboote vor Ort waren. Ab dem 20. könnten Gerätschaften aufgestellt und eingerichtet worden sein. Ab dem 21. Mai hätten sie möglicherweise einsatzbereit sein können. Am 22. Mai, um 15.11 Uhr, wurde Südchile von Erdstößen mit einer Stärke von 9,5 auf der Richterskala erschüttert. Es war das schwerste Erdbeben weltweit, seit Beginn wissenschaftlicher Aufzeichnungen. Dass die Katastrophe durch einen mutmaßlichen Test von Tellers Ditchdigger verursacht worden ist, ist ausgeschlossen. Erdbeben dieser Größenordnung entstehen durch Spannungen zwischen tektonischen Platten. Sie könnten durch schwere Explosionen aber zumindest ausgelöst werden. Der offizielle Bericht des US-Energieministeriums über Plowshare listet Testversuche freilich erst ab 1961 auf. Davor soll kein Atomversuch stattgefunden haben. Wurden nukleare Sprengsätze des Ditchdigger in Puerto Deseado gezündet? Es wäre die erste und einzige zivile Anwendung des Projektes Plowshare gewesen. Doch sie lässt sich nur vermuten, nicht beweisen. Die USA waren nicht der einzige Atomwaffenstaat, der derart aberwitzige Projekte verfolgte. Frankreich gab 1970 ein ähnliches Versuchsprogramm bekannt. Und von einigen französischen Atomtests in der algerischen Sahara wird angenommen, dass sie friedlichen Zwecken dienen sollten. In der Volksrepublik China soll daran gedacht worden sein, den Fluss Brahmaputra mit Hilfe von Kernexplosionen in die Wüste Gobi umzuleiten und mit Nuklearsprengsätzen einen Tunnel durch den Himalaya zu sprengen, der Wasser zu einem riesigen Wasserkraftwerk leiten sollte. Auch die Sowjets hatten mit der angeblich revolutionären Technologie experimentiert. Der Physiker Sebastian Pflugbeil, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Strahlenschutz, erinnert sich. Zum Beispiel gab es die Vision, einen Kanal zwischen zwei großen Strömen zu bauen. Und er hätte eine ökologische Katastrophe bedeutet. Das ist glücklicherweise nicht passiert. Wir haben im Bereich der Rohstoffsuche und Rohstoffausbeutung Kernenergie-Explosionen eingesetzt, zum Beispiel in Kohlebergwerken, um die explosiven Gase in dem Bergwerk unten einfach durch Auflockern der gesamten Geologie loszuwerden. Das hat nicht funktioniert. Da sind oben die Gebäude der Bergwerksverwaltung und der Bergwerkstechnik zusammengefallen, aber die Gase sind nicht weggegangen. Man hat versucht, Erdölbohrungsbrände zu löschen mit Kernsprengungen oder Erdgasbrände zu löschen mit Kernsprengungen. Zwischen 1965 und 1988 testeten die Sowjets mit ihrem Programm Atomexplosionen für die Volkswirtschaft mindestens 115 Nuklearsprengsätze für friedliche Zwecke. Sowjetische Ingenieure sollen unter anderem versucht haben, mit Kernexplosionen Gletscher zu schmelzen und Flüsse in Trockengebiete umzuleiten. Mit einigen der Detonationen wollten sie brennende Erdöl- und Erdgasfelder löschen. Alles ohne durchgreifenden Erfolg. 1988 stieg die Sowjetunion aus dem Programm aus. Bereits mehr als ein Jahrzehnt zuvor, am 30. Juni 1975, hatten die US-Amerikaner Plowshare stillschweigend zu den Akten gelegt. Die Atomtests des ehrgeizigen Projektes hatten gravierende Folgen, die ignoriert oder systematisch heruntergespielt worden waren. Zerstörtes öffentliches Land, Zwangsumsiedlungen von Gemeinden, mit radioaktivem Tritium belastetes Grundwasser, Fallout über weiten Teilen der USA und anderswo. Die Anti-Atom-Bewegung, die in Europa und den Vereinigten Staaten entstanden war, wollte von dieser zivilen Anwendung der Atomkraft nichts wissen. Der Kalte Krieg neigte sich seinem Ende zu, Abrüstung stand auf der Tagesordnung. Edward Teller kommentierte enttäuscht, Wir haben gerade erst angefangen und dann schon wieder aufgehört. Tatsächlich war in den USA keine der gepriesenen Anwendungen realisiert worden. Projekt Chariot war bereits unter US-Präsident John F. Kennedy gestoppt worden, weil sich die indianischen Bewohner Nordalaskas massiv zur Wehr gesetzt hatten, unterstützt von Bürgerinitiativen im Rest der USA. Auch der Pan-Atomic-Kanal durch Mittelamerika wurde nie gebaut. Und der Fort Newclan blieb dem Straßenverkehr erspart. Als die Studie des Atomautos 1957 vorgestellt wurde, hatte man die Gefahren falsch eingeschätzt. Später wurde klar, heißt es in einem YouTube-Spot, dass schon ein kleiner Auffahrunfall zu einer Kernschmelze führen könnte. Tatsächlich standen nur 35 der mehr als 1000 Atomtests der USA in Zusammenhang mit dem Projekt Plowshare. Deshalb, so heißt es in einem Bericht der britischen BBC, besteht Grund anzunehmen, dass das Projekt wenig mehr als ein Propaganda-Versuch war. Propaganda, die der atomaren Hochrüstung ein Mäntelchen von Rationalität und Sinnhaftigkeit umlegen sollte. Eine Selbstkritik des Pentagon oder der Atomenergiekommission für ihre absurden Pläne gab es nie, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Die Gesamtkosten des Projektes Pflugschar wurden offiziell nie bekannt gegeben. Und die Akten zur Reise von Herbert York nach Argentinien hält die US-Regierung bis heute geheim. Untertitelung des ZDF für funk, 2017